jo leute es sind ein nightkiller und willkommen zu battle royale battle royale season 2 spiel also das wie players underground ist besser mehr einmalig map was klein jetzt sind ich bin die distanz schlecht und jo was ist das also ich krieg gerne den kommentar los sein und ein like da los sein das ist alles gratis die muss noch dafür zu ändern und ich bin mega froh immer gucken wir gehen heil landen ich muss hier ein arcade und so was in heal pack wenn man will dass ich den pabschi mobile spielen spiel ich schon den wenn es interessiert muss da ich einen kommentar schreiben dann gibt es gerne das spiel was ist denn los? oh guck mal also was ist denn? kille mich ich fühle mich bald was ist denn? was ist denn? hä? was ist denn los? hä? was ist denn los? was ist denn los? ich muss halt die Katana rein was ist denn los? mit der loben Waffen ich kille dann gibt das dick was ist dumm sehen boah das ist Ketchup guys also das ist Ketchup nicht richtig gut ne ne das ist Ketchup oh mein Gott cool den Shotgun shit ich hab's gehört hä? wo sind die Algorithm ach fucker ich muss halt gehen weil sonst kein Porta so ist es nicht nur Dote ja vom Hapa ist relativ der Klang also er lief noch genau ein Ning Light und Null Kills das ist denk ich so witzig wenn ich gewinne und Null ohne was er umzubringen halt geht noch Granate und so weiter oh mein Gott sind Supply Dog können vielleicht hat denn Supply Dog oder ich weiß ihn grad nicht hä? ne? doch doch du hey du hast doch richtig geil Waffen ja ich muss auch schon hä wo? was? hä was du? hä? ach das ist ja egal fuck was du? muss ach egal schon ziemlich gut Waffen also das ist ein Schlimm brauche ich nicht was du hast denn? komm ich muss den killen den yes ich bin gekillt ich kann mal den Duckeln geil den hat richtig geil Waffen muss der Opa sogar sonst kann man nur verlieren ja ich muss nur Opa sonst ah du hast auch ok wir müssen auch Opa ich lege noch Fairlight shit was war das? ich habe manchmal gerade Angst ich lege noch Fairlight ich habe schon ein Trick ich kann das gewinnen egal ich hoffe ich gehe ohne die Stierwürgen darf das ist das so traurig 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 du hast den jetzt noch ein kill was hat den ich tausche mal den gegen die oh Wagn ja was du hast mir andere was du hast mir andere was du hast so oh du hast ein Heelpack das ist immer wichtig die Heelpack Heelpack Heelpacker du wo sind die rasch und leid die Kaiser also die Waffen war schon so ziemlich geworfen hat das ist immer noch in Person Geil shit boah ich will das Spiel so krass gewinnen ich will so flukke Fehler machen heelpacker 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 ich will das Hä? Was denn? Hä? 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 Okay, ach egal, ich hab geschenkt gewonnen. Hä? Wie hast du gestürzt? Wie hast du durch Spruch gestürzt? Also, ich will jetzt nicht, dass wir mal kussieren. Das sind die Werbung da. Adi, das ist leichter. Und ja, nicht genug genug. Der ist nicht möglich. Das ist nicht möglich.